Das ist der YouTube-Video. Autobahn verpasst hatte, wer weiß. Alles. Oh. Oh, schöne rote Ampel, da halten wir natürlich auch an. Nicht wie Michael über rote Ampel. Oh, ist endlich mal grün. Ab nach München. Ab nach Bayern. Wie ich erwähnt habe, morgen bin ich ja nicht da. Das Video wird wahrscheinlich am Samstag kommen. Muss ich nur die Videos auf Ding spielen, auf meinen Laptop. Also wäre ich heute ja nicht da. Also wäre ja heute die Freitag. Ja, heute ist das Samstag, die Aufnahme. Aber wenn ich das hochlade, wird es wahrscheinlich Sonntag sein. Also Sonntag bin ich ja nicht zu Hause. Hab in den Urlaub. Aber mehr verrate ich noch nicht. Müsst ihr bei Community hier gucken. Hier, da poste ich ja alles rein. Abstimmung und so weiter und so fort. Tja, tja, tja. Vielleicht schneide ich auch das Video selber. Weiß ich noch nicht. So, Freunde, um die Kurve nehmen wir gerne die Uhr nacht. Miau. Oh ja, gute Idee, hab Hunger. Wenn ihr Fragen stellen wollt, könnt ihr das machen. Oder schreibt in die Kommentare. Oder kommt in meinen Discord-Server. Das ist... Lasst den Link in die Videobeschreibung. Und wenn euch dieses Video fällt, dann lasst ein Like und ein Abo da. Was? Wir dürfen nicht die Autobahn verlassen wie in der letzten Folge. Na, ups. Oh, da muss ich schon wieder die Autobahn verlassen. Zum Glück hab ich abgebremst. Verlassen Sie jetzt die Autobahn. Ich dachte, war eine Sau eingepellt. Oh, ist der kleine Steffan müde? Oh, wie süß. Ah, jetzt ist er wieder da. Aber ist jetzt wahrscheinlich... Ich glaube, er... Sehr witzig. Sehr witzig davon. Ja, ich glaube, ich hab sein Internetvorausgeknipst. Hihihi. Ich bin so aus. Naja, geh ich mal ein Handy am Steuer. So, geh auf YouTube. Jetzt geh es nur dir. Uh, 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 uh. Oh Freunde, ich bin auch noch live bei Twitch Ich guck mal meine Kommentare durch Die Klappe, ich will mich selber nicht hören Nö, kein Kommentar Alex ist einge... ach, was für alles, ich hab immer was mit Alex und Stefan Stefan ist schon eingepennt, mal wieder Hihihi Bin ja echt freundlich hier, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen Ja, noch eine Stunde, aber das geht auch schnell relativ Bin ich der Ausfahrt verpapp... 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 Müsste ich gerade ausfahren, das macht extra nochmal zwei Stunden Naja, gerade ausfahren, das würde ja auch keinen Sinn machen Aber könnte ich ja machen, aber mei Verlassen Sie jetzt die Autobahn... okay Verlassen Sie jetzt die Autobahn... nach Frankfurt Park Nürnberg Ach nö, es regnet... hat mich ja wohl nicht aufgegessen... oder Stefan... Stefan... Jetzt darf ich langsam noch fahren... Jetzt darf ich langsam noch fahren... Entschuldigung, sehr schön.. Sehr witzig. Na toll, Michael hat deine Essen nie oft gegessen. Oh. Nicht. Entweder das Video kommt heute noch, also Samstag oder Sonntag, das weiß ich noch nicht ganz genau, aber wahrscheinlich Sonntag. Wahrscheinlich. Hm. 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 Oh, hat er mich aboiochen? Hat Maike nicht schluck auf? Oh, wie süß! Was ist das, Maike? Verlassen Sie jetzt die Autobahn in einen Kilometer! An wen? Warte kurz! Bist du verrückt? Seid ihr alle verrückt heute oder habt ihr alle hier einen Clown gefrühstückt? Nie mehr! Habe ich nicht gesagt! Nein, hast keine Beweise? Dann schick mal ein Bild! Da lacht sich die Frau tot! Wir haben, also Freunde, also Freunde, wir haben hier heute noch die Ange-Call. Jetzt links abbiegen! Ach nö, ich krieg ne rote Ampel! Was ist? Nicht so leise reden! Ich krieg ne rote Ampel! Ich krieg ne rote Ampel! Ich bin auf der City! Ich kriege das auch auf der City! Ja, moin! Nö! 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 wir zwei werden gemobbt und den staff an frecher ich mich wieder sprechen die frechen nudel Hallo, da muss ich den mal Hops nehmen. Ne, die Frechnudel. Hab ich von meinem Gammruh, äh, von meinem Kumpel. Zug, zug, einmal die Straßenbaum, bitte. Njuuu. Also Stefan kommt auf jeden Fall nicht mit auf der Gamescom. Du auch nicht. Hihihi. Du nicht. Hm, das kann ja aber fast gut werden, mit dem Clan. Gute Arbeit! Neulich, ah ja. So, Freund, welche Aufgaben haben wir jetzt? Uff. 7000. Ja, Freunde, ich beendet das Video jetzt. Lasst ein Like und ein Abo. Wir sehen uns morgen. Wenn... Ne. Ach, ne. Neueinander, Freund. Ihr würd sie sehen, wenn ich wieder ein Video mache. Also tschüss. 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 Bye, bye. Und adi. Störung. Ad Michael. Du bist ein Abo. Du bist ein Bömer. Du bist ein Bömer. Du bist ein Bömer. Becker zu dir. Vielen Dank.